Hallo und herzlich Willkommen in Vechta im Totalmarkt, dem neuen Discounter für Unterhaltungselektronik und Elektrohaushaltsgeräte. Kommt mit auf die Tour, ich zeige euch was wir im Programm haben. Ohne Handy geht es ja heute gar nicht mehr. Im Totalmarkt in Vechta zeigen wir eine Riesenauswahl an Mobiltelefonen und Smartphones von allen namhaften Herstellern. In unserer neuen Games Area in Vechta habt ihr die Möglichkeit jedes neue PC und Konsolenspiel auszutesten, mit der neuesten Hardware ein bisschen rumdaddeln und ganz viel Spaß haben. Und wir haben eine mega Auswahl an Fernsehgeräten. Bei uns kriegt ihr jede Größe an Fernseher. 75 Zoll ist schon wirklich groß. Wenn der alte Energiefresser aus dem Haus soll, finden wir mit Sicherheit das richtige Gerät aus unserem Sortiment. Als Special für die Nikolauswoche erlassen wir euch am Montag, Dienstag und Mittwoch die im Kaufpreis enthaltene Mehrwertsteuer und freuen uns ganz riesig auf euch. Bis bald! Auf Wiedersehen... Vielen Dank.